Und damit herzlich willkommen alle zusammen zur nächsten Trailer-Analyse. Ach, es ist keine Analyse, es ist erstmal eine Reaktion. Ich habe den Trailer noch nicht gesehen. Ich werde es einfach auf den Diablo 4 Trailer reacten. Ich habe schon eine Reaktion gemacht, so eine Blindreaktion auf den Cinematic Trailer, glaube ich, heißt der. Oben halt in der Infocard, also in meiner Infocard, nicht in der Infocard, die ihr hier seht. Aber nicht lange quatschen. Los geht's mit Gameplay. Ich hoffe, das Spiel wird ein bisschen düsterer, denn der Trailer war ja auch düster. Und Low Skates. Und natürlich erstmal Monsters aus dem Bild. Ach, doch, cinematisch. Ah, eine Hütte, einsamer Baum, tolle Komposition. Schönes Stillleben mit einem Granatapfel. Okay, wer ist er? Ist er? Ist er so eine Art Zauberer? Okay, da haben wir dann unseren guten Herren, den Barbaren, wieder. Ja, es ist düster. Nice. Oh, cool, so eine... Oh, sogar die Wüste ist düster. Komisch als Englisches. Oh, so ein richtiges Wirtshaus. Untote! Untote, beste Tote. Ah, es sieht schon mal nice aus. Endlich düster. Ah, es ist zwar ein bisschen gorig und blutig. Das muss ja für mich nicht sein, aber ich hätte es gern dunkler. Ich fand es keine Vollkatastrophe, dass Diablo 3 bunt war. Okay, wer ist er? Ein Barbar müsste auch wieder. Zauberin, oder? Ah, die hat wieder so die, äh... Ja, Zauberin. Ah, schön Eis. Meteor. Meteor fand ich damals cool. Ja, Barbar. Wieder zwei Äxte. Ah, finde ich ein bisschen einfallslos. Schon wieder, Barbar. Sei es mit Scherchlag. Moment, wer ist der dann? Was macht er? Ist er so eine Art... Boah, Druide! Geil! Oh, das war früher. Ich bin mit keiner Charakterklasse in Diablo 3 wirklich warm geworden. Wo ich wirklich gesagt habe, das ist meine Charakterklasse. Und ich weiß nicht, das werden die meisten nicht wissen. Ich fand den Droiden damals in Diablo 2, ähm, Lord of Destruction, am allergeilsten. Richtig geil, dass Droide wieder dabei war. Das war Wehrwolf, oder? Das ist Barbar. Das ist der Droide. Das ist der Bär, aber den Bär fand ich gar nicht mal so geil. Ich fand den Wehrwolf sehr viel geiler. Ja, Zauberin, was für's Nasentier. Blizzard. Moment, ist das Duriel? Der mit den Maden sieht so ein bisschen aus wie Duriel. Ja, das ist Sprungangriff, sei es mal Schwelle. Ist er auch... Ist er... Ist er... Ist er ein Erzählcharakter, oder ist er auch einen? Und wir haben richtige Kreuze diesmal drin. Ja, die Zauberin kann halt Feuer. Ja, da haben wir nochmal Lilith gesehen. Diablo 4 freu ich mich auf jeden Fall riesig drauf. Cool, dass es schon angekündigt wurde. Ich dachte, ich müsste jetzt schon wieder mehrere Jahre warten. Obwohl, eigentlich... Ich mach mal hier Stopp. Nicht, dass ihr wieder die Endcard seht. Moment mal, wie war das denn? Ähm, Diablo 2 ist von 2000 glatt, meine ich. Und dann mussten wir zwölf Jahre warten auf Diablo 3. Und 2012, 2020 jetzt sieben Jahre. Ist das jetzt auch schon wieder ja. Und das dauert wahrscheinlich auch noch ein bisschen, bis es rauskommt. Und ich freu mich riesig darauf, dass es rauskommt. Ich werd mir wahrscheinlich auf jeden Fall holen. Obwohl, ich weiß nicht, ähm, wie das dann alles aussieht, wenn das mal rauskommt. Ich weiß auch nicht, wie die verzögerung ist. Ich glaub, die Verzögerung war auch groß. Ich glaub, die ersten Trailer zu Diablo 3 haben wir aber auch schon 2008 bekommen, meine ich. Und es hat dann vier Jahre gedauert. Wenn es bis jetzt noch vier Jahre dauert, dann ist das 2023, bis es rauskommt. Ich kann auch nicht wirklich beurteilen, wie fertig das aussieht. Man sieht ja noch keinen Hub und kein Nix. Und es wird natürlich auch noch eine Frage, wie lang wird das Spiel? Ich fand nämlich Diablo 3, fand ich, unglaublich kurz. Und ein paar Akte auch unglaublich vergeigt. Ich glaub, ich muss mal generell Videos machen, wie ich Diablo 3 fand und wie ich Diablo 2 fand. Diablo 2, Moment, fangen wir mal kurz von vorne an, reißen wir das Ganze kurz ab. Ich hab mit Diablo 2 angefangen. Da gab's schon Lord of Destruction. Das hab ich unglaublich lange Solo gespielt. Ich hab das dann unglaublich lange im Bellnet gespielt. Dann hab ich das unglaublich lange nochmal im offenen Battle.net gespielt. Dann, ja, ich war ein riesiger Fan davon. Mein aller, aller Lieblingscharakter war der Droide und der Droide mit dem, mit dem Wehrwolf. Das heißt, der Droide, der sich in den Wehrwolf handeln kann, aber trotzdem noch diese ganzen Tiere dabei hat. Also so halb Wehrwolf, halb Zoodroide hat man das damals genannt. Das war mein Lieblingscharakter. Dann kam Diablo 3. Diablo 3 hab ich mich riesig drauf gefreut. Und ich durfte auch bei Diablo 3 an der Beta teilnehmen, was richtig cool ist. Wer sich übrigens dafür interessiert, was ich in Diablo 3 so getrieben habe, da gibt es unglaublich viele Blogposts auf dem alten Blog zum Durchlesen. Ich weiß, Durchlesen ist ein bisschen antiquiert. Und aber in Diablo 3 bin ich mit keiner Charakterklasse richtig warm geworden. Ich hab das mit einem Barbaren gespielt, als es frisch rausgekommen ist. Und dann hab ich das später nochmal ein paar Mal gespielt mit einer Zauberin. Und ja, da mochte ich halt keinen Charakter. Und ich freu mich diesmal, dass der Droide wieder dabei ist. Was ich jetzt nicht so cool finde, ist, dass der Barbar wieder dabei ist. Aber ich glaube, die Barbaren, also ich glaube, den Barbaren benutzen die hier sozusagen als Dreh- und Angelpunkt. Also so ein Allstar, der immer dabei ist. Übrigens hab ich irgendwann auch nochmal, ähm, als ich, als ich Diablo 2 gespielt hab, hab ich auch Diablo 1 nochmal gespielt. Ich hab Diablo 1 auch durchgespielt und zwar mit dem Krieger. In Diablo 1 gab es ja so unglaublich wenig Auswahl. Da gab es ja, äh, Krieger, ähm, Bogenschütze in Magier. Ich hab das mit dem Krieger durchgespielt. So, aber ich glaube, dieses ganze Gequatsch über die alten Teile hebe ich mir auch für eigene Videos. Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen dieser, äh, dieser Reaction. Vielleicht mach ich noch eine Analyse davon. Ich kenn ja die meisten Zaubersprüche, die da, äh, benutzt wurden. Dann nochmal vielen Dank fürs Zusehen und bis dann!